Gerne beantworte ich Ihre Frage. Dies ist wohl die meistgestellte Frage zur Birkenbill-Methode. Ich weigere mich aber schon seit Jahren, hier eine konkrete Zeitangabe zu geben. Sie haben genügend lange passiv gehört, wenn Ihnen die Aktivitäten im vierten Schritt leicht fallen. Wenn Sie also mühelos Chor sprechen können, wenn Sie zum Beispiel über Lücken lesen können, Sie Rollenspiele absolvieren oder Übungen im Schulbuch den Schülern leicht fallen, dann wurde genügend lange passiv gehört. Sollte dies nicht der Fall sein, heisst es ganz einfach, nochmals zu Schritt 3, dem passiven Hören, und eben noch ein bisschen länger passiv hören und das Gehirn unbewusst lernen lassen. Viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, gerne beantworte ich Ihre Frage. Dann werden Sie die Frage.